herzlich willkommen zurück zu mir erstmal chronicles wir haben hier beim letzten mal in einem ja intensiven kampf mal wieder bisschen aufgeräumt kriegen unser medie port wieder ist auch nett wo haben wir jetzt noch sachen die wir aufsammeln können also eine splittergranate hat man letztes mal ja auch schon wieder eingesammelt ach hier ist wieder so ein roboter das ist ein bisschen doof dass man immer die richtige person auswählen muss dass wir irgendwie schöner wenn das einfach automatisch passiert eigentlich immer das gleiche hier beim ersten mal was cool beim zweiten mal nett beim dritten mal wird es langsam langweilig history accessed what was the last car you fixed model z guanica replaced the thermal charging port who built the car same folks who built me edison we care we share we illuminate america they rebuilt this country from the ground up turned it into paradise it is in fun fact the u.s. constitution hasn't been abolished it's just been put on hold to fix the cracks in the great stability edison will need absolute authority natürlich schlaf gut so was haben wir hier noch schönes das gute alte plastik ach wir hatten hier eine audioblenkung gehabt naja und irgendwas explosives wahrscheinlich ich ich habe hier das ist ich finde ich wie es ist ganz klar ich bin du 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 Und die Prostetik-Arm. Sie haben etwas gesagt, um eine Mettel Hand zu sagen. Sie denken, sie töten Sie. Sie töten Sie? Elvis, ich bin sorry. Just, just watch your anger. Warum stimmst mich auf meine anger? Wir müssen, stay, stay, Tiger Talk. Enough mit den Fähigkeiten. Die Leute, die ich liebe, immer auf mich verliehen. Elvis, wir hören uns. Joseph hat gesagt, seine Frau hat eine Chance gefunden, um diese Krieg zu gewinnen. Oder, vielleicht hat sie etwas hinterlassen. Lass uns schauen. Ich habe Ihren Rucksack gefunden. Ich finde, wir wollen das. Joseph. Das heißt, wir sind hier wieder durch. Und müssen zurück in die Alligator-Zone. Ich hatte eigentlich gedacht, wir kriegen jetzt hier unser nächstes Mitglied für unsere Party. Aber, puh. Das war schon übel. Das ist mal um uns hier so durchgestrichen. Und wir hatten uns ja von der anderen Seite gekämpft. Wir kommen also von der richtigen Seite. Das ist schon mal cool. Dass das berücksichtigt wird. Oder? Ist das so? Ja, ich bin mir nicht sicher. Zumindest steht er da. Das ist das. der Miasma. Sie zerstören unsere Welt, lachen als sie uns blöden. Aber ich sage, keine mehr! Sieh, die source unserer Terror, der Defiler! Sieh ihr Angst von seiner Hand? Lasst die Frogs der Krieg! Für die Menschen! Es gibt kein Gehebung! Keine Gehebung! Möge den Defiler! Möge seine Hand! Wo geht er hin? Oh man, und die fangen an. Das sind selten leichte Kämpfe, wo die Gegner anfangen. Eigentlich sind das immer die dummen Kämpfe. Vor allem, weil wir von allen Seiten jetzt tatsächlich kommen. Ja, wie soll das denn jetzt bitte funktionieren? Das ist immer ein bisschen frustrierend, wenn man sich so gar nicht positionieren kann. Okay. Den müssen wir irgendwie rausbewegen. Vermute ich, das wäre natürlich richtig nice. Hier stehen die halt auch überhaupt nicht in Deckung. Das verbraucht natürlich wieder 2 AP. Da kriege ich schon wieder zu viel. Stellen mal hier hin. Dann hoffe ich, dass wir jetzt den hier machen können. Nicht genug Energie. Okay, okay, okay. 4. Auswählen. Energiezelle. Ja, machen. Achso. Auf Elvis bitte. 70 Kilowatt. Achja, und das waren ja schon 2 Aktionen. Scheiße. Ahhhh. Ja, 150. Ach, nechsen Doktor. Ja. Boah. Wie soll das denn jetzt bitte funktionieren? Das ist auch der sinnvollste hier, was wir machen können. So, und sie. Ja, stellt sich hier hin. Vielleicht hat man einen Hexen Doktor rausgekriegt. Okay, alles was wir rauskriegen, muss raus. Hey! Idiot! So prädiktabel. Ja. So, und jetzt aber, wir schalten uns ja mindestens einen aus, weil die ja auch richtig Schaden machen. Also Jade ist weg. Er ist auch weg. Ah ne, macht doch nichts. Die schießen doch nicht so richtig. Nicht getroffen. Jetzt haben wir Glück. Ja, Jade muss Midi-Pod kriegen. Sonst haben wir keine Chance auf irgendwas. So, jetzt nachladen geht natürlich nicht. Wir sind immerhin jetzt ein bisschen flexibel geworden. 38% ist the way to go. Oh Gott. Oh Gott. Hexen Doktor mit dem Nagelschuss. So ein Lack. So, Elvis. Stehen die hier? Die haben sich jetzt ganz gut verteilt. Okay, wir müssen uns auf einen konzentrieren. Wir nehmen jetzt den Hexen Doktor irgendwie raus. 44%. Wir nehmen den Hexen Doktor jetzt wohl nicht raus. Kann er sich selber heilen? 52%. 52%. Ich muss es riskieren. 52%. Ich muss es riskieren. Rucksack öffnen. Splittergranate. Ja, komm. So, Cover ist nämlich jetzt weg. Das ist sogar ziemlich gut, weil dann kriegen wir ihn jetzt raus. Wichtig. Ja, Jade wird wieder getroffen. Perfekt. Perfekt. Ah, ich habe vergessen. Der ist auch noch da. Einfach immer noch viel zu viele hier. So. Hm. Muss man nicht erst schießen. Der hier hinten muss eigentlich weg, ne? Komm. Ich hoffe, wir kriegen den jetzt wirklich irgendwie raus. 70. 58. Hilft ja nix. Bitte. Das war wichtig. Das Problem ist, dass der dann entsprechend sie gleich ausschaltet, weil der hat keine gute Deckung. Das Problem ist, wir haben hier auch wirklich null gute Deckung. Der geht immerhin auf beide. Das machen wir auf jeden Fall. Gerade das Feuer gegen den ist gut, aber auch gegen den. Und das Schöne ist ja auch, dass das nicht als Aktion zählt. Ach komm, wir gehen jetzt hier hin. Leisten Jade hier schon mal ein bisschen Beistand beim Sterben. Und... Treffen sogar noch mal. Jawoll. So, Gegner. Schusswaffenmeister. Das ist auch noch so ein riesen Eumel, ne? So. Der ist nächste Runde tot. Der wird uns nicht mehr gefährlich. Und das Schöne ist, dass dieses dann entsprechend auf die Rüstung geht, ne? Okay, beide leben noch. Oh, wieder zwei X... Drei... Zwei Dinger hier, ne? Das... Ach komm. Hier hin, in der Hoffnung, dass das jetzt hier irgendwie funktioniert. Gehen wir immerhin nochmal... Ich hätte die Rüstung entfernen müssen. Nein! Wie dumm. Wie dumm. Wenn wir den tacklen... Ja genau, den tacklen. Und der brennt. Damit ist der auch raus. Das heißt, wir können ihn schon mal... Hier ein bisschen dichter ranstellen. Die beiden brennen gleich aus. Die sind weg vom Fenster. 54%... Muss reichen. Ist hier nicht in Deckung? Oh, die andere Waffe war noch... War noch geladen. Ach verdammt. Ah, da waren jetzt ein paar blöde Sachen dabei. Okay. Wir gehen auf den. Bin ich dabei. Die sind jetzt ein bisschen flott, aber die sind jetzt beide tatsächlich... ...verbrannt. So, und jetzt müsste das doch hier eigentlich... ...easy going sein, oder? So. Wir gucken mal, ob wir die Waffe wechseln. Dann schießen. Und dann bitte mit dem Nagelschuss. Ausführen. Warten, bis sie wieder nachgeladen ist. Ach, die ist nicht nachgeladen. Ich dachte, die hätte hier ein Munition drin. Allein die Fähigkeit ist nicht... Ist nicht da aufgeladen. Alles klar. Dann schießen wir halt einfach nur. 65% leider nur. Ich habe wieder den Rüstungsschuss vergessen. Und deswegen wird er gleich auch nochmal dran sein. Ich muss mir diesen Rüstungsschuss... ...der muss echt jetzt gleich schon Blut übergehen. Ja, der ist nochmal dran. Das war jetzt Doofheit. Das war echt Doofheit. Aber letztlich auch egal. Waffe wechseln. War mit R. Schießen. Okay, dann bewegen wir sie nochmal. 100%. Geschafft. Uh. Hätte ich nicht gedacht, dass wir das hinkriegen. Bin ich ehrlich. Träkel. Ich habe eine Saison, um mit ihm zu beschäftigen. Wir alle tun. Aber das ist gut. Das war ja echt kein leichter Kampf eigentlich. Aber es hat irgendwie geklappt. Wir hatten sehr viel Glück in manchen Situationen. Aber... Muss man das auch erstmal erzwingen, ne? So, reden wir gleich mit dem. Erstmal müssen wir hier nochmal aufbrechen. Hm. Bringt aber nix. Da ist die Tür. Joseph? Don't... Move. Just... My... My daughter? Did... Did you... No. No, we didn't. I'm sorry. We got our backpack. Is there anything in here that can help us? Play her. Play her Digicorder. Just like I thought, Dad. The Grabbers share the same hierarchical network as the ants. If you kill the Queen, or in this case the Frog's leader, you stop the invasion. Frog's leader? Ah, Träkel. So, we kill the leader and all the Grabbers give up? One way to find out. But where do we find that asshole? He's holed up in the white castle, north of here, through old town road, across the bridge. Okay. Ich dachte, das wäre dann jetzt das Ziel für das Spiel, oder? Oh, aber scheinbar nicht. Level 8. So, machen wir hier nochmal Gruppe. Wichtigkeitsdeck. Okay. Elvis ist natürlich gleich der schwerste Kompagnon. Das hier könnten wir freischalten. Gewährt bei... Dann würden wir den Rüstung verlieren. Den benutze ich ja eh nicht, wenn wir es gelernt haben. Gewährt bei Flankenschüssen einen Bonus von 20% auf kritische Trefferchance. Ja, dann gehen wir jetzt halt voll auf Revolverheld. Zack. Oh, noch Miasma-Platz ist natürlich nett. Und überspringen. Setze ich Miasma-Platz. Schockt den Gegner lautlos, verursacht er bei 90 Schaden und überwindet die Rüstung überhaupt zwei Runden lang. Wir machen mal Revolverheld aus ihm. So. Ein verfügbar. Dann kriegt er wieder das hier. Und sie kann nur das hier lernen. Aber auch das ist hilfreich. Alles klar. Dann sag ich mal, vielen Dank fürs Zuschauen. Und dann sehen wir uns offen. Wir können noch mal reden. Okay. So. Vergeltung. Vier bis sechs. Senke die Brücke. Das ist vier bis sechs. Ja gut, dann machen wir das wohl erstmal weiter. Archäologie kriegen wir dann auch irgendwann hin. Aber Vergeltung wäre dann unsere nächste Mission. An der alten Dorfstraße. Das machen wir dann aber beim nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Bis dann.